DELUXE 2 DELUXE 2 DELUXE 2 Klären sie vor allem auch die Straße zum Flüchtlingslager auf. Die Rebellen haben Teile der Straße vermint. Lassen sie äußerste Vorsicht walten. Führen sie die Lieferung dennoch zügig durch, ehe es für die Flüchtlinge im Lager zu spät ist. Wir schaffen das, ne? Ich glaube an uns. Gut, zwei Scharfschützen, einen Aufklärer. Ich hätte gerne noch einen davon. Ein Ingenieur. Ich hätte gerne... Nein, kein Heli. Obwohl. So ein Heli. Schnelle Eingreiftruppe. Auf jeden Fall hätte ich gerne noch einen davon. Äh, ein. Zwei davon. Einer davon sollte theoretisch reichen. Theoretisch. Ähm, aber ihr kennt ja meine Spürkünste. Das ist ja ein Auto für den Ingenieur. Fällt, glaube ich, gar nicht mehr so verkehrt, aber nee. Ein Notarzt. Ich nehme sicherheitshalber zwei Notärzte mit. Nehme ich noch einen Heli mit? Ja, ich nehme noch einen Heli mit. Es sprengt natürlich unser Budget. Also nicht wundern, nachher in der Auswertung wird stehen. Budget gesprengt oder so ähnlich. So, soll reichen. So. Einer da rein. Einer da rein. Der Aufklärer ans erste Fahrzeug. Du da rein. Ja. Du da rein. Da haben wir jetzt einen davon, einen Scharfschützen und den Aufklärer. Einen davon. Okay, lieber da rein. Gut, du. Nach ganz vorne. Du bist zweites Fahrzeug. Obwohl, eigentlich könnte ich den hier auch als Ersatz hier stehen lassen, weißt? Weil einer von denen zerstört wird. Ihr fährt hinterher und du fährst auch hinterher. Du läufst. Und dann kannst du dich in den Heli reinsetzen. Den Heli nehme ich, wenn... Ich glaube... Warte, wir gucken mal. uns einfach einmal die Gegebenheiten an. Hier. Da. Den können wir nämlich dahinter landen. Und den einfach mal ausschalten. Das macht sich nämlich besser, als wenn wir uns da durchkämpfen, wisst ihr? Also, ich weiß nicht, ob der Plan aufgeht, aber vielleicht. So, dich brauchen wir theoretisch... Du fährst hinterher auf jeden Fall. Fahrzeug 2 hört. Klar an den Mund, falls wir ihn brauchen. Gut, dann öffnen wir das Türchen. Ja. Konvoi rollt. Fahrzeug 1. Fahrzeug 1. Hier lang, ne? Gut. Als erstes fahre ich mal bis dahin vor. Fahrzeug 5 hört. Gut, du fährst hinterher. Auf dem Weg. Dann hätte ich jetzt gerne mal den Aufklärer. Aufklärer. Nein, das ist ein Scharfschutz in der Welt. Das ist der Aufklärer. So, du gehst nämlich nach vorne. Das ist derjenige, der immer vorgeht. Und ein Auf den hier macht. Konvoi hält an. Bis dahin können wir jetzt vorrücken. Auf den Weg. Fahrzeug 1 hört. Was gibt's? Fahrzeug 5 hört. Am liebsten wäre es mir, wenn der Konvoi die ganze Zeit hier stehen lassen würde und wir das erst selbst klären würden hier. Fahrzeug 3 hört. Okay, gut. Da ist auch wieder keine. Fahrzeug 1 hört. Sehr schön. So, ich gucke als erstes mal. Da sind die ersten beiden. Goodie. Scannen. Vorrücken. Kann ich auch jetzt vorrücken? Ja. Hier gibt's doch bestimmt eine Mine oder nicht. Im gescannten Bereich gibt es keine. Hören. Sehr schön. Ich hätte einen zweiten Aufklärer mitnehmen sollen, falls der kaputt geht. Habe ich mir gerade so gedacht. Fahrzeug 1 hört. Aber so weit denkt Anton ja nicht. Fahrzeug 1 hört. Wir haben Minen entdeckt. Holt einen Ingenieur. Der kann die Miner entschärfen und räumen. Er setzt sich genau auf die Mine. Genau. Höre. Schon unterwegs. Fahrzeug 1 hört. Auf dem Weg. Was gibt's? So, du suchst. Ich bin gespannt. Also ich bin jetzt ein bisschen konzentrierter als bei den anderen Missionen. Weil ich das hier dann doch schon wesentlich aufregender finde. Im gescannten Bereich gibt es keine Mine. Schon unterwegs. Du bleibst zurück. Fahrzeug 1 hört. Jetzt hätte ich gerne, obwohl ich nehme den hier als Stopper. Im gescannten Bereich gibt es keine Mine. Fahrzeug 5 hört. Gut. Im gescannten Bereich gibt es keine Mine. Der gescannte Bereich geht ungefähr bis da. Auf dem Weg. Jetzt setzen sie sich hin und knallen auf mein Auto. Ne? Kommt schon unterwegs. So. Ach scheiße. Das ist der mit dem Einschützen. Leckt mich. Und das sind drei Leute. Aber die haben meinem Dings nichts an. Das ist gut. Das ist gut. Hier passiert jetzt. Zum Geparzer des Händel. Ein Wohl hält an. Das finde ich gut. So. Absetzen. Sniper geht in die Position. Patsch. Da habe ich einen. Down. Das finde ich nicht. Ich mache das jetzt immer so, weil... Ich das sicherer finde. Weiß so. Warte. Gehen wir den... Verstanden. Zu Befehl. Ah, Lecko mit mir. Hörer es gibt. Jawohl. Roger. Roger. Ist der fest klar? Pum, 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 pum. Pum, 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 Pum. Pum, 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 Pum. Sehr schön. Ein festgenommen. Okay. Ganz offen zu ziehen. Bin und bewegt. Achso, ne. Was gibt's? Hörer. Konvoi hält an. So besser so. In der Sniper. Es gibt keine Minen. Fahrzeug 1, Fjord. Auf dem Weg. Fahrzeug 5, Fjord. Ja. Fahrzeug 5, Fjord. So. Die deutsche Polizei im Einsatz. Wuhu. Im Ausland. Wir haben Minen entdeckt. Wo denn da hinten? Okay. Der kann die Dinger entschärfen und räumen. Nee, erst mal noch nicht. Jetzt brauch ich erst mal für die beiden Verletzten ein bisschen Deckung. Ingenieur kann erst mal nach da laufen und du fährst nach hier. Ich weiß jetzt nicht, wie die fahren. Jetzt brauch ich erst mal zwei Notärzte, weil es kann sein, dass ich die Dinger erschossen habe. Aber ich denke, dass sie beim Tod sind. Ist natürlich nicht nett. Was sagst du? Ich bin down. Ich bin down, okay. Nehmen wir beide natürlich mit. Aber ich finde das so sicher für meine Leute als anders, weißt du? So, an sich. Weiß ich jetzt nicht. Sind da noch irgendwo wer? Falls ja, wer du... Beide einladen. Da steht der Nächste, okay. Okay, du kannst schon mal bis zur Mine vorgehen. Also jetzt mach's, bumm, und beide weg. Im gescannten Bereich gibt es eine Mine. Ja, ist ja diese Mission, hab ich dir schon mal gesagt. So, vorrücken. Ich hab jetzt keine Ahnung, von wo die kommen, deswegen muss ich die beiden leider Gottes als Schutzschild benutzen. Da siehst du wohl. Fuck. Okay. Scharfschütze bitte. Boah, da ist so ein lächerlicher Busch im Weg. Ich glaub's ja wohl. Ich glaub's ja wohl. Kriegst du den da hin? Zack, erwischt. Fuck. Warte mal. Zweiter Scharfschütze raus. Down. Und down. in Ordnung. Na komm. Minus. Zielen und... Oh, hab ich in mein eigenes Auto geschossen. Das ist ja auch nicht. So, gehen wir vor das Auto. Weg damit. Ja, weg damit. Komm schon. Geht nicht. Die schießen auf mich, also schieß ich gnadenlos zurück. Kannst aber wissen. So, ich brauch jetzt einen Sunny hier. Also einen Notarzt, besser gesagt. Der Roll kann schon mal vorrücken. Ich brauch die. Oh, was ist das? Was gemacht? Du wirst dich um den. Jetzt guck ich erstmal, wo die nächsten liegen, sind, sich sammeln. Weil jetzt kommen die Geschütztürme. Jetzt werd ich mal was ausprobieren. Fahrzeug 6. Halb so wild. Konvoi hält an. Kannst du hier landen? Du kannst da landen. Ist auch doof, weil der kommt von hier um. Ich hätt gern, dass der sich abseilt. Nein, nicht aussteigen, Mann. Kann ich denen irgendwas sagen oder so? Nö. Ist ja auch doof. Gut, den nicht. So, du gibst mir Deckung. Ein Stück vor. Weil ich die ja wieder einsammeln muss. Macht's aus, ganz gut. Notarzt guckt sich einmal alle an. Du gehst schon mal nach da. Und scanst den nächsten Bereich. Hier hatte ich, glaube ich, noch gar nichts gescannt. Also war das ganz schön lebendig. Nein, 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 nein. Lauf, lauf, nein. 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 Ich hab doch keinen mehr. Oder steigt hier jetzt ein neuer aus? Scheiße. Ziehen wir das jetzt ohne Aufklärer durch? Das kriegen wir nicht ohne Aufklärer durchgezogen. Kannst vergessen. Ah, fuck it. Gut. Ähm. Ja, wir beginnen neu. Kannst vergessen. Glücksmission. Hilfsgüter. Ja, das haben wir uns schon angehört. Weiter. So, als erstes Aufklärer. Scharfschütze, Scharfschütze. Aufklärer. Unbedingt zwei Aufklärer. Sicherheitshalber auch zwei Ingenieure. Dennoch zwei Schützen. Ein, zwei. Ja, das passt. Nehmen wir auch bloß zwei Autos davon mit. Eigentlich können wir auch noch so einen Wasserwerfer. So einen Wasserwerfer. Hätte ich noch irgendwas gerne. An sich können wir auch noch so einen mitnehmen, ne? Ein Notarzt reicht auch vollkommen. Ja. An sich der Ingenieur, den können wir auch einzeln oder den zweiten Notarzt. Eins, zwei, den Kran weiß ich noch nicht. Gut. Wir machen, wir versuchen es so. Aufklärer in das Auto, Aufklärer in das Auto. Scharfschütze in das Auto, Scharfschütze in das Auto. Du nach da, du nach da. Du nach da und du nach da. Du bleibst hier vor Ort, ihr beide da rein. Gut. Ihr beide ist es dann auch jetzt egal. Oh, da sind drei. Ups. Falsche Verteilung. Es soll in jedem Auto das gleiche sein. Den fährst du jetzt nach da und du läufst. Öffnend. Drück die Dauer. Okay, das Tor des Flugfelds ist offen. Der Konvoi fährt jetzt los. Viel Glück. Danke. Okay, es geht los. Der Konvoi rollt. So, ich frag mich, ob die Minen immer auf der gleichen Stelle sind. Auf dem Weg. Ist das doof? Gebäudeerkundschaften. Fahrzeug 4, hört. Hä? Schon unterwegs. Hä? Ja. Fahrzeug 1, hört. Leute? Der ist kaputt. Der ist kaputt. Auf dem Weg. Ja. Gut. Der ist kaputt. Den hat das nicht sein sollen. Dann machen wir das nochmal wann an Ness. Wenn ihr das sehen wollt, ne? Also wie ich hätte... Ja, kaputt. Warte mal. Gut, dann lade ich jetzt erstmal die ersten beiden Folgen hoch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir denn das machen. Gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.